Immer wieder kommt es zum sogenannten Mundraub auf den heimischen Streuobstwiesen. Kein Wunder, sehen die reifen Äpfel, Birnen und Zwetschgen doch oft verlockend aus. Für die Wiesenbewirtschaftler, die sich ebenfalls auf den Lohn ihrer zeitintensiven Arbeit freuen, sind solche Obstdiebe allerdings ein echtes Ärgernis. Dabei gibt es durchaus Alternativen. So hat sich in vielen Regionen die Markierung mit farbigen Bändern durchgesetzt. Die Bänder zeigen Bäume an, an denen nach Herzenslust geerntet werden darf. Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies bietet außerdem die Streuobstwiesenbörse an, bei der sich Käufer und Verkäufer von Streuobstwiesen finden können.